Wir freuen uns, Ihnen das ärztliche Personalbemessungssystem der Bundesärztekammer, kurz EBSBEC, vorzustellen. Wir haben es gemeinsam mit einer sehr aktiven Arbeitsgruppe an Kolleginnen und Kollegen entwickelt und die Fachgesellschaften mit einbezogen. Im Jahr 2019 hat die Bundesärztekammer angefangen, ein Personalbemessungsinstrument zu entwickeln. Denn eins ist klar, eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung geht nur mit einer ausreichenden Menge gut aus- und weitergebildeten Personals. Und das gilt nicht nur für die Pflege, für die wir ja schon eine Personalbemessung haben, sondern das gilt eben auch für Ärztinnen und Ärzte. Wir wussten, dass wir uns einer schwierigen Aufgabe stellen, denn es ist nie so, dass eine Abteilung gleich ist wie die andere. Also ein One-Size-Fits-All gibt es nicht. Und deswegen haben wir sehr früh auch die Fachgesellschaften mit eingebunden, haben mit sehr viel Aufwand ein System entwickelt, was uns wirklich ermöglicht, abteilungsscharf eine Aufgaben- und Patientengerichte, ärztliche Personalausstattung zu berechnen für die einzelne Abteilung. Da gehen Grunddaten ein, es gehen spezielle Daten der Abteilung ein, also was genau wird eigentlich pro Patient in der Abteilung gemacht. Und es gehen sehr viele zusätzliche Aufgaben ein, die Ärztinnen und Ärzte eben auch leisten. 105 verschiedene ärztliche Aufgaben und Pflichten haben wir identifiziert, die über die direkte Patientenversorgung hinaus Ärztinnen und Ärzte tatsächlich in den Kliniken leiten, teilweise mit gesetzlichen Grundlagen, wie zum Beispiel beim Hygienebeauftragtenarzt oder bei Transplantationsbeauftragtenärztinnen und Ärzten, teilweise mit Qualitätssicherungsaufgaben, wie bei der datengetriebenen externen Qualitätssicherung, aber auch dem internen Qualitätsmanagement. Es sind Führungsaufgaben, die notwendig sind, Kommunikationsaufgaben und so weiter. Und wir haben auch 23 verschiedene Patientengruppen identifiziert, die mit einem besonders hohen Aufwand verbunden sind. Zum Beispiel Patienten, die ein Kommunikationsdefizit haben, entweder sprachlich oder kognitiv oder gar Patienten, die fixiert werden müssen, wo Ärztinnen und Ärzte immer wieder Kontakt auch beispielsweise mit Richtern brauchen. Und diese Grundvoraussetzungen der Versorgung dann ergeben am Ende eine Gesamtsumme an Vollzeitstellen, die in einer Abteilung gebraucht werden. Und diese Vollzeitstellen hängen auch wieder davon ab, wie viele Kollegen sind denn in Weiterbildung in dieser Abteilung und im wievielten Jahr in Weiterbildung. Weiterbildung ist ein zentrales ärztliches Handeln und es ist enorm wichtig, die jungen Kolleginnen und Kollegen gut weiterbilden zu können. Aber dafür brauchen Ärztinnen und Ärzte eben auch ein Zeitkontingent. Und eins ist klar, diese Definition, wie viele Ärztinnen und Ärzte werden gebraucht, Das können wir mit unserem ärztlichen Personalbemessungsinstrument mit dem Akronym EPSPEC der Bundesärztekammer jetzt abteilungsspezifisch zur Verfügung stellen. Es muss dann aber auch in die Umsetzung kommen. Und dafür ist die Krankenhausreform jetzt das Entscheidende, die wir hoffentlich bald erwarten dürfen. Aber die ärztliche Personalbemessung, Aufgaben- und Patientengerecht, muss Teil der Krankenhausreform sein. Und sie muss auch verpflichtend für die Abteilung in die Bemessung kommen. Dann erreichen wir auch mit der Krankenhausreform das, was wir wollen, nämlich für Patientinnen und Patienten am Ende eine qualitativ hochwertige Versorgung zu ermöglichen und für Ärztinnen und Ärzte attraktive Arbeitsbedingungen in Deutschland, denn wir werden sie alle hier vor Ort brauchen. Wie ist nun der aktuelle Stand von EPSPEC? Nachdem wir die ganzen Grunddaten und Grundtabellen erarbeitet haben, sind wir in den Echtzeitbetrieb gegangen und haben ein Pre-Testverfahren in drei unterschiedlichen Abteilungen bundesweit durchgeführt. Ausgesucht dafür haben wir zusammen mit den Fachgesellschaften und den Berufsverbänden zum einen aus dem konservativen Bereich die Innere Medizin und Gastroenterologie, aus dem operativen Bereich die Orthopädie-Unfallchirurgie und die Geriatrie, da dort natürlich besondere Patientenbedürfnisse eine hohe Rolle spielen. Die Ergebnisse wurden dann einzeln analysiert, zurückgespiegelt. Wir haben Interviews durchgeführt und konnten dadurch neue Erkenntnisse bekommen, die wir in eine Beta-Version einbauen konnten. Das war für uns ganz wichtig, um den nächsten Schritt der Validierung vorantreiben zu können, in dem wir jetzt stecken. Wir werden jetzt an gut zehn weiteren Abteilungen die Beta-Version einsetzen, um damit am Ende mitten nächsten Jahres ein validiertes ärztliches Personalbedarfsbemessungsinstrument zu haben. Dieses ist sehr wichtig, um eben die patienten- und aufgabengerechten ärztlichen Personalbedarf transparent und flexibel darstellen zu können. Das Gute an dem System ist, dass es auf jede Abteilung umgemünzt werden kann. Jede Abteilung kann sozusagen ihre spezifischen Leistungen, Leistungsgruppen, aber auch spezifischen Patienten damit abbilden und dementsprechend über Minutenwerte in Vollzeitäquivalente von Ärztinnen und Ärzten umsetzen. Das halten wir für dringend notwendig, um die Qualität der Patientenversorgung auch im ärztlichen Bereich hochzuhalten, gerade vor dem Hintergrund der Krankenhausreform. Es gibt bislang noch keinen einzigen validierten Ansatz dafür. Hier haben wir mit EPSPEC einen solchen Ansatz, der weiterentwickelt werden kann, der transparent und flexibel ist und damit die Grundlage für die ärztliche Personalbedarfsbemessung von Ärztinnen und Ärzten, für Ärztinnen und Ärzten und für die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten wichtig ist. Auf dem hier dargestellten Grunddatenblatt werden die grundlegenden Daten einer Abteilung erfasst. Über Dropdown-Menüs wird die Befüllung zum Beispiel hinsichtlich der gängigsten Tarifverträge oder der gesetzlichen Feiertage erleichtert. Es bleibt dem User allerdings immer die Option erhalten, auch eigenständig die Tabelle zu befüllen, sollte er die Anforderungen seiner Abteilung nicht in den entsprechenden Dropdown-Menüs vorfinden. Danach erfolgt für jeden Patienten die Erhebung des Basisaufwandes am Aufnahme- und Entlassungstag sowie die täglich anfallende Routine in der direkten Patientenversorgung. Bei jedem Patienten, wenn er in die stationäre Aufnahme kommt, ist eine Ananeseerhebung zum Beispiel und eine körperliche Untersuchung wichtig. Es werden routinemäßig bestimmte diagnostische Maßnahmen durchgeführt, Gespräche geführt und auch jeden Tag finden immer wieder routinemäßig bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Visite oder ein Gespräch mit dem Patienten statt. In der Hilfstabelle Sektorenübergreifender Einsatz wird die sektorenübergreifende Versorgung unter Berücksichtigung der zunehmenden Ambulantisierung im Krankenhaus erfasst, ebenso wie die Versorgung teilstationärer Patienten. In der Tabelle Zusatzaufwand werden alle Untersuchungen diagnostischer Art erfasst und in Minutenwerten dargestellt. Wie beispielsweise eine EKG-Untersuchung oder Ultraschalluntersuchung, die dann mit Minutenwerten hinterlegt sind und die Anzahl pro Jahr dann multipliziert wird, um insgesamt den Stellenbedarf diesbezüglich zu ermitteln. Wir haben ein Tabellenblatt Zusatzaufwand, auch natürlich individuell für jede Fachabteilung, denn die verschiedenen Fächer machen ja unterschiedliche Eingriffe, Operationen oder Diagnostik. Neben diesen Minutenwerten ist auch ein Bereich angegeben, der sehr stark schwankt. Das hängt damit zusammen, dass es natürlich Abteilungen gibt, die nur bestimmte Untersuchungen in Auftrag gibt. Und dafür brauche ich nur einige Minuten, während eine andere Abteilung diese Untersuchung durchführt und deshalb natürlich einen höheren Zeitaufwand hat. Dabei gehen natürlich auch strukturelle Voraussetzungen mit ein, je nachdem, wie lange die Wege sind und wie das im Krankenhaus organisiert ist. Es erfasst entsprechend einem mit der Fachgesellschaft und den Verbänden abgestimmten Leistungskatalog, die jeweils fachspezifische Maßnahmen, Prozeduren und Interventionen umfassen. Erhoben werden die durchschnittlich benötigte Zeit, sowie die Anzahl der pro Jahr durchgeführten Prozeduren. Unter dem Tabellenblatt weitere ärztliche Aufgaben und Pflichten werden dann 105 verschiedene Tätigkeiten erfasst, die nicht mit der direkten Patientenversorgung in Verbindung stehen, aber trotzdem erledigt werden müssen. Von gesetzlichen Aufgaben und Beauftragungen bis hin zu Kommunikation, Fort- und Weiterbildung werden verschiedenste Arztbindungszeiten erfasst. Mit der Tabelle Aufwandssteigerung werden besonders zeitintensive Patientenkontakte in der direkten Versorgung erfasst und in die Gesamtkalkulation mit einberechnet. Neben den hier dargestellten 23 bereits definierten Patientengruppen können abteilungsspezifisch weitere Patientengruppen erfasst werden. Alle auf den einzelnen Tabellenblättern ermittelten Daten fließen in die Gesamtkalkulation ein, also nach Befüllen der entsprechenden Schicht- und Bereitschaftsdiensttabellen, die den tatsächlichen Ist-Zustand der jeweiligen Abteilung abbilden, ermittelt EBSPEC die dann insgesamt benötigten Vollzeitkräfte für eine patienten- und aufgabengerechte ärztliche Personalausstattung. Das ist unser Ziel und hier brauchen wir die Einbindung in die Krankenhausreform. Bereits im Jahr 2019 hat der Vorstand der Bundesärztekammer sich entschieden, ein ärztliches Personalbemessungssystem zu entwickeln, denn wir wissen eins, eine gute Patientenversorgung geht nur mit ausreichendem qualifizierten Personal und das gilt nicht nur für die Pflege, für die es Mindestpersonalvorgaben gibt, sondern es gilt eben auch für Ärztinnen und Ärzte. Uns war es wichtig, gemeinsam mit den Fachgesellschaften ein System zu entwickeln, was tatsächlich in jeder Abteilung dann transparent zeigt, wie viele Ärztinnen und Ärzte werden für die Patientenversorgung, aber auch für die zusätzlichen Aufgaben und Pflichten benötigt, um am Ende die Abteilung auch erfolgreich und qualitativ hochwertig führen zu können. Und diese Aufgabe haben wir uns gestellt. Wir wussten, ein One-Size-Fits-All gibt es nicht, sondern wir brauchen eine sehr dezidierte Erfassung, die wir entwickelt haben, um sie jetzt, und das ist entscheidend, auch im Rahmen der Krankenhausreform umsetzen zu können. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die geholfen haben, dieses ärztliche Personalbemessungssystem zu entwickeln, bei der Arbeitsgruppe, bei den hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist unsere Aufgabe, es tatsächlich im Rahmen der Krankenhausreform auch umzusetzen. Vielen Dank.